Jetzt habe ich dich nicht recht verstanden. Warum sagst du heute Abend? Bist du im Ausland? Nein, nein. Aber in diesem Fall durchgemacht. Ja. Mike Schivo hat mir vorhin angerufen und gesagt, ein Chili hast du angesagt in einer Kristallkugel, in der nicht die Tiere gehören. Stimmt das? Ja, also du meinst, dass das Gelb goldig ist? Mike sagt ja. Genau, das ist Gelb. Ja, also das gehört nicht mehr. Wir können der Musikgesellschaft halt wohl einwesen. Und das gehört jemandem Wisi, hat mir Mike Schivo gesagt. Ja, der Wisi hatte es vorhin angerufen, ja. Wieso willst du das jetzt noch... Möchtest du den Nachnamen noch wissen? Nein, das ist schon gut. Wir können. So, das Auftrag 2 hast du jetzt einen Gegner bekommen, der heisst Dani. Guten Morgen auch dir. Guten Morgen. Du hast einen ganzen Hübsamt, das habe ich gehört. Ja, was meinst du denn? Ja. Präsident. Ja, anscheinend, ja. Also, was macht der Präsident, der Liebe am Tag? Der Liebe am Tag? Ja, ich arbeite zwischen dir. Wenn ich als Präsident bin. Und was schaffst du in deinem Tag? Mit der Entwicklungsserie, mit der letzten Maschine. Ja, alles klar. Vielleicht können wir jetzt auch jemanden von euch etwas entwickelt, sich leisten, in der ihr einen guten Preis gewinnt. Ihr seid bereit, ihr beiden? Ja. Und hier ist unsere Frage. Es dreht sich natürlich auch etwas um das Thema Musik. Wir nehmen es alle in den Rechner in die Hand. Und in dem von euch wissen. Wie ist eigentlich das Durchschnittsalter der MGH-Wesen? Was denkt ihr? Wenn wir alle zusammenrechnen und dann teilen, wie hoch ist das Durchschnittsalter der MGH-Wesen? Die erste Schätzung von Hampi? Ja. 28,5. 28,5 meint er. Danni? 2,1. Ein wenig wenig. Hampi, du kannst noch korrigieren oder bleibst du? 30. Er ist schattisch. Er ernüchtert sich. Danni, dein letzter Vorstand, deine letzte Schätzung. Was sagst du? 30 hat Hampi geboten? 1,1. 1,1. 2,1. 3,1. Wäre es richtig? Das heisst, Dani, du gewöhnst Gratulation. Ja. Danni. Das ist gut. 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 Wir gratulieren ganz herzlich, lieber Dani. Du darfst auch im nächsten Jahr wieder gratis im Franco wieder mitnehmen. Musiksellschaft, auf dem wir lesen. Ich spreche. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.